Hallo meine Freunde, heute möchte ich euch auf eine kleine Zeitreise in die 90er mitnehmen. Ich möchte euch einen unfassbar schönen Sportfilm über Mut, Loyalität und Ehre präsentieren. Disney's Mighty Ducks Das Super Team. Des Weiteren möchte ich euch die Serie Mighty Ducks Game Changer vorstellen. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber Filme aus den 90ern versprühen eine ganz besondere Magie. Es war eine andere Zeit und doch sind Probleme universell auf jede Zeit anzuwenden. Aber nun zum Film. Ich liebe Sportfilme. Auch wenn der dicke Nerd nicht danach aussieht, ich bin ein großer Sportfan und feiere alles drumherum. So auch die Filme über Sportarten. Auch wenn sie meist nach dem gleichen Muster ablaufen vom Außenseiter zum Schämchen. Aber ist das nicht das Faszinierende am Sport? Du kannst in einer Sekunde der Loser sein und in der nächsten Sekunde der Gefeierte hält. Sport transportiert so viele Tugenden. Wie auch in diesem Film. Wir haben den gefeierten und rücksichtslosen Anwalt Gordon Bombay. Er arbeitet im Gericht mit faulen Tricks und kann so erreichen, dass seine zweifelhaften Mandanten freigesprochen werden. Nach einem dieser Siege vor Gericht wird Bombay betrunken am Steuer seines Wagens aufgegriffen. Daraufhin wird er zu 500 Sozialstunden verdonnert, in denen er einen Haufen von chaotischen Teenagern in Eishockey trainieren soll. Und das Disney-Märchen nimmt seinen Lauf. Er ist erst gar nicht begeistert von dieser Situation. Schließlich hat er nach seiner verpassten Jugendmeisterschaft, in denen er ein Finality verschossen hat, ja mit diesem Sport abgeschlossen. Sein damaliger Trainer hatte die Ansicht, dass nur Gewinnen zählt, egal wie. Und ausgerechnet gegen diesen Trainer muss Bombay mit seinem neuen Team am ersten Spieltag antreten. Eine klare Klatsche ist die Folge. Nach einer weiteren Niederlage bei dieser hat er seinem Team faule Tricks beigebracht, um den Schiedsrichter hereinzulegen. Erkennt Bombay durch die Reaktion seines Teams, dass er etwas Grundlegendes ändern muss. Er erkennt, dass er zu dem geworden ist, was er nie sein wollte. Er ist zu einer Kopie seines alten Trainers geworden. Darauf verändert Bombay alles. Er sorgt dafür, dass sein Team Ausrüstung bekommt und sogar einen neuen Namen. Denn bisher hießen sie Distrikt 5 und spielten in unvollständigter Ausrüstung. So wurden alte Zeitungen als Schienbeinschoner benutzt. Aber nun waren die Ducks geboren. Ein echtes Team. Ja, und mehr möchte ich zu diesem Film nicht verraten, weil ich möchte, dass ihr diesen Film anseht und euch die Magie des Films verzaubern lässt. Interessanterweise läuft derzeit auf Disney Plus ein Sequel zu den Mighty Ducks Filmen mit dem Namen Mighty Ducks Game Changer. Für alle alten Mighty Ducks Fans ist das natürlich ein Muss. So wie für mich. Interessanterweise bedient sich die Serie allerdings desselben Kniffs, mit dem Kopra Kai schon verblüfft hatte. Der Umkehrung der Sympathieverhältnisse im Vergleich zur Vorlage. So wie das feindliche Karate-Dojo Kopra Kai aus dem Film in der Serie nun das Herzensprojekt des Protagonisten ist, sind die Mighty Ducks, mit denen die jungen Zuschauer damals mitfiebernden, nun keine sympathischen Underdogs mehr, sondern arrogante Platzierche des Jugend-Eishockeys, die Titel um Titel gewinnen und weniger talentierte Spieler brutal aussieben. Die Mighty Ducks sind also in der neuen Serie die Antagonisten. Aus den Rebellen von einst ist eine Elite-Truppe geworden, die nun von neuen Rebellen herausgefordert werden muss. Und diese Herausforderer durchschlittern im Wesentlichen die Plotbahnen von damals. Manche Dinge ändern sich eben nie. Gordon Bombay ist kein erfolgreicher Hockey-Trainer mehr und auch nicht in die Anwaltschaft zurückgekehrt, sondern er betreibt stattdessen eine bröckelnde Eisbahn. Er hat finanzielle Schwierigkeiten und erinnert sich nahezu nur von Junkfood. Am wichtigsten ist jedoch, dass er wenig Interesse an Eishockey hat, so dass er ein aufdringliches No-Hockey-Schild an die Tür seines Büros nagelte. Obwohl Bombay die Bitte, Trainer zu werden, abgelehnt hat, ist jetzt klar, worum es geht. In dieser Version der Mighty Ducks wird er früher oder später die angeblich inkompetenten Verlierer trainieren. Bombay findet durch seine neue Aufgabe wieder zurück zu sich selbst. Aber es dauert 20 Minuten, bis Bombay auftaucht. Und das ist der Hauptunterschied zu Cobra Kai. Wo die damaligen Gegner mit Johnny und Daniel auf auch die neue Serie dominieren und ihre gleichaltrigen Fans glücklich machen, zielen die Game Changer eindeutig auf eine neue Dealgruppe ab. Gordon Bombay, gespielt von Emilio Estevez, ist ein eher wiederkehrender Gaststar und die erwachsenen Mighty Ducks der damaligen Zeit sollten vielleicht erst später auftauchen. Game Changer ist in erster Linie eine Serie für Kinder und Jugendliche. Hier gehört die große Bühne der neuen Besetzung junger Schauspieler. Die Geschichte dieser Story dreht sich um die alleinerziehende Alex, dessen Sohn Evan oder Evan aus dem Team der Ducks geworfen wird, da Evan für den Trainer nicht das nötige Potenzial für die Ducks mitbringt. Alex ist wütend. Könnten Kinder nicht einfach zum Spaß Mannschaftssport betreiben? Alex wirkt sympathisch und bodenständig im Vergleich zu den Müttern anderer Mighty Ducks Spieler, für die die Mitgliedschaft in diesem prestigeträchtigen Club nur noch wichtig erscheint, um ein renommiertes Universitätsstipendium zu bekommen. Alex überredet ihren enttäuschten Sohn bald dazu, selbst ein Team zusammenzustellen, in dem sich Kinder versammeln sollen, die von den Mighty Ducks nicht aufgenommen wurden. Der Name des gemischtgeschlechtlichen Teams lautet The Don't Bazzes. Dies ist pure Ironie und bedeutet, gib dir keine Mühe. Diesen Satz hörte Evan als letztes von seinem alten Code. Evan formiert ein Team, welches sehr durchwachsene Kenntnisse von diesem Sport hat. Manche beherrschen nicht mal die Grundlagen. Und dennoch ist Evan glücklich, denn der Spaß an dieser Sportart ist zurückgekehrt. Ja, meine Freunde, damit beende ich dieses Video. Ich habe euch einen kurzen Eindruck zu dem Film aus den 90ern gegeben und euch kurz die neue Serie, die Bezug zu diesem Film genommen hat, vorgestellt. Sagt mir eure Meinung. Habt ihr Mighty Ducks, das Superteam gesehen in den 90ern? Und werdet ihr die Game Changer Serie sehen mit euren Kindern vielleicht? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin euer dicker Nerd aus der Nachbarschaft und ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Bis bald!